Hallo liebe Freunde und willkommen zurück zu The Culling, diesmal Travel Town Special, Real Special. Wir haben uns was ausgedacht und zwar, wir spielen übrigens wieder mit Dallucat, Anonymous, Shigo, Fizz, Grants, Kundran, McManus, Sachse, Early Boy, Hotta und ich. Und wir haben uns umbenannt in Namen, wir haben uns umbenannt in Namen, ich bin sowas von genial heute. Und zwar haben wir, ich muss was finden. Haben wir uns umbenannt in Charaktere, in Namen, die man halt so kennt aus Film, Geschichte, was auch immer. Und wir dürfen auch nur mit den Waffen kämpfen, die für uns halt typisch sind. Ja, und wir wissen nicht, wer wer ist. Was? Information Blackout? Gucken wir mal, ob es überhaupt geklappt hat. Ich bin auf jeden Fall Shaka Zulu und werde dementsprechend auch nur mit einfachen Speeren, Äxten und sowas kämpfen. Und machen wir deswegen als erstes einen Speer. Also Speer, Bogen, ich glaube, nee, Shaka Zulu, Bogen war glaube ich auch schon nicht. Also keine Fernkampfwaffen. Ich meine, das war so. So, wir haben also schon mal einen Speer. Und machen wir uns jetzt noch eine Axt. Ja, und es darf auch nicht so wirklich abgegradet sein, das heißt, looten ist nicht. Shaka Zulu kommt aus einer anderen Zeit. Da gab es keine Pimp-Waffen, ne? Warte, ich habe doch gerade hier einen Stein gesehen, bin ich jetzt blöd? Komm schon. So, wir haben alles, was wir brauchen. Und jetzt geht's los. The Horns of Shaka Zulu on the Hunt. Ich war auch im Auge. Das ist uncool. Da sieht man so wenig. Don't mess with the Horns. Was? Ah, jetzt stehen sie da. Jetzt lass mal gucken, wer mitspielt. Leatherface. Alexander Anders. Muhammad Ali. Jack the Ripper. Robin Hood. Fred Feuerstein. Edward. Mit den Scherenhänden. Sitting Bull. Lara Croft. Shaka Zulu bin ich. Calvin Klein. Und Van Helsing. Okay. Aber wir nehmen trotzdem mal mit, was wir können. Aber im Grunde... Armor dürfen wir uns noch bauen. Eine Armor, die nicht modern ist. Wir probieren uns mal ganz kurz hier rein zu gucken. Armor. Was soll das sein? Aber Stein, Stein gibt Bandagen. Stachel. Stacheln dürfen wir auch benutzen. Ich hab keine Ahnung, was das hier sein soll. Aber ich schätze mal, dass wir es nicht benutzen dürfen. So, kommt mal her. Und solange sie noch nicht in ihren Rollen sind, dürfen sie natürlich erstmal die Waffen benutzen, die sie haben. Guck mal hier, wir nehmen mal was mit. Um eventuell Bandagen zu machen. Was machen wir hier? Hä? Machen wir das einfach mal so? Scheiße. Ich dachte, da wäre jetzt wieder einer gewesen. Es ist Zeit, um zu spielen. Three Crate Monty. In zwei Minuten werden drei Package in der Center Arena spawnen. Nur eine von ihnen ist voll von Items. Die anderen zwei sind voll von... Du, 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 du. Komm schon. Ein Opfer für Shaka Zulu. Das ist Three Crate Monty. Good luck. Ja, die sind hier in meinen Dschungel eingedrungen. Also die Map ist für uns. Obwohl eigentlich... Shaka Zulu ist, glaube ich, mehr wie Steppe. Scheiße. Die Map ist also auch gegen uns. Okay. Alles ist hier gegen uns. Wir müssen wirklich aufpassen. Diese moderne Welt ist gar nichts für uns. Ich hoffe ja, wir treffen auf Mohamed Ali. Oder auf Edward mit den Scherenhänden. Ich habe das Gefühl, dass wir die besiegen könnten. Rein theoretisch. Äh, was ist denn das? Ist das wirklich nur eine Höhle? Ach, scheiße. Und aus dem ersten Part weiß ich ja mittlerweile, dass ich eine Markiergun... Ne, aus dem zweiten. Eine Markiergun genommen habe und wollte mich damit prügeln. Ja, hat wohl nicht so geklappt. Warte mal, aber das Hatchet können wir noch einupgraden, ne? Wir sind ja nicht in der Steinzeit. Äh, hier war doch irgendwo gerade ein Stein. Da ist einer. Fred Feuerstein. Gott. Komm her, Fred. Ich frett dich weg. Nein. Kacke! Ja, okay, das war... Natürlich war das dumm. Ich kann nicht mehr... Oh, komm! Ach, und Stein an den Kopf von Fred Feuerstein getötet. Scheiße. Ich bin so schlecht. Es kann doch nicht sein. Ah, Damage done 16. Oh mein Gott! Ja, die Horden Shaka Zulus sind gefallen durch Fred Feuerstein und einen Stein. Sehr klassisch. GG, gut gespielt. Guckt bei den anderen vorbei. Dialogat, Anonymous, Shigo, Fisk, Grandskundran, McMain, Nassaxe, Liquidduck, Earlyboy und Hodder. Ist auf jeden Fall eine super witzige Runde. Guckt bei allen mal vorbei. Je nachdem, was sie gespielt haben und was daraus dann halt so kommt. Bis zum nächsten Mal, Leute. Bye, bye!